Hi, hier ist Affinity Jack. Und heute zeige ich euch, wie man ein Foto bearbeitet, das in der knalligen Mittagssonne aufgenommen wurde. Ich nehme an, ihr kennt das Problem auch, ich habe es jedenfalls öfter. Wenn man im Urlaub ist, dann ist man tagsüber unterwegs, macht Ausflüge, möchte aber was Schönes fotografieren. Nun, in der knalligen Mittagssonne, hier in dem Fall in Italien, Latium, im August bei jenseits der 30 Grad, da wirkt der Himmel immer wie diesig wolkig, obwohl er eigentlich blau ist. Und insgesamt ist alles so diesig fad. Und ich zeige euch mal, wie man das ein bisschen aufhübschen kann. Also eins habe ich gleich bei der Aufnahme schon so ein bisschen beachtet. Und zwar, ich habe gewartet, bis eine Schönwetterwolke sich vor die Sonne setzte und damit so ein Teil hier im Schatten liegt. Das kann man zwar auch durch Bearbeitung erreichen, das werde ich dann auch noch zeigen. Aber das ist schon so das erste Mittel, was man im Vorfeld schon machen kann. Und hier würde ich noch folgendes machen. Der Himmel ist ja wirklich nicht schön, uninteressant. Jetzt könnte man überlegen, den zu verbessern. Dazu habe ich übrigens ein Video gemacht, verschiedene Methoden, wie man einen Himmel verbessern kann. Man kann hier sicherlich noch einiges rausholen. Aber ich möchte den Himmel hier gar nicht so sehr sehen, sondern ich möchte diesen prominenten Ort, also wir auf diesem Felsen über das Tal umgeben von diesen Hügeln, wie er so thront. Das möchte ich eigentlich besonders zum Ausdruck bringen. Und in dem Fall brauche ich den Himmel gar nicht. Also es ist das erste, was ich mache, ich werde das Bild so zuschneiden, dass der Himmel weg ist. Also ich nehme das Zuschneidewerkzeug, nehme in dem Fall mein Landschaftsverhältnis, schneide es so zu, dass genau der Himmel nicht drauf ist. Dann ist man auch hier unten ein klein bisschen zu viel drauf. Also dieser Weg hier, den möchte ich jetzt nicht haben. Also gehe ich so ein klein bisschen ran und schneide das Ganze so zu. Bei diesen diesigen Aufnahmen fehlt oft der gesamte Dynamikbereich von hell bis dunkel. Meistens ist irgendwas abgeschnitten. Das gucke ich mir mal an. Wir haben hier die Tonwertkurve und ich sehe auch, dass hier hinten wenig Informationen sind. Also werde ich mit einer Tonwertkorrektur jetzt schon einen großen Bearbeitungsschritt machen. Ich gehe jetzt mal nach Gefühl. Wenn ich jetzt hier die Schwarzstufe ziehe, verstärke ich die Schwarzwerte und zwar inklusive der Farbwerte. Also insofern wird es, muss man jetzt auffassen, ob man den Effekt mag, ob man den will, wird es jetzt auch gleich sehr viel knalliger und farbenfroher. Also ich schneide jetzt hier eigentlich schon ein paar Schwarztöne ab, die ich mal annehme, dass die hier so sind. Und entsprechend für mich jetzt nicht so schlimm sind, wenn die zu schwarz wären. Aber jetzt konzentriere ich mich mal auf die Weihstufe und ziehe so, wie man sieht, dass sich gleich ordentlich was verändert. So, jetzt muss man allerdings gucken. Ich könnte technisch vorgehen. Dazu halte ich mal die Optionstaste oder Alt-Taste bei Windows. Sobald hier diese Flecken erscheinen, das sind die Stellen, die hier jetzt ausbrennen. Allerdings sind es so kleine Stellen, dass wir mal gucken, ob die überhaupt wichtig sind. Also hier ist so eine Stelle auf dem Dach, halte ich jetzt für zu vernachlässigen. Und hier so die ersten Dächer, wo die Sonne eben so wirklich raufknallt. Die fangen jetzt an auszubrennen. Insofern, ich gehe jetzt hier auch gar nicht so technisch vor, sondern ich gucke jetzt einfach mal. Weil der Gesamteindruck gefällt mir eigentlich so jetzt. Und das hier oben mit den Dächern, da werde ich noch eine Korrektur vornehmen. Das zeige ich nochmal. Jedenfalls, wenn man alleine diese Maßnahme sich jetzt schon mal ansieht, hat man schon was verbessert. Nun sage ich ja, dass hier das zu hell ist. Das Problem hat man oft, wenn die Sonne rauf scheint oder wenn sie sich reflektiert. Dazu gibt es einen Live-Filter und zwar Lichter und Schatten. Und da brauche ich mich ja jetzt in dem Fall nur um die Lichter zu kümmern. Achten wir mal auf das hier. Wenn ich also die Lichter runtersetze, dann kommt das wieder zurück. Ich zeige es mal nochmal. So war es vorher. Und so holen wir diese ganze Zeichnung wieder zurück. Was in dem Fall meiner Meinung nach auch noch gut kommt, ist ein weiterer Live-Filter und zwar Klarheit. Ich finde, dieses Bild verkraftet ordentlich Klarheit. Also der zieht ein bisschen die Kontraste nach, schärft ein bisschen. Wir orientieren uns vielleicht mal an einer Stelle, um den Unterschied zu sehen. Gehe jetzt mal runter. Jetzt wirkt es natürlich, wenn ich ins Minus gehe, wird es unscharf. Und so wird es jetzt immer schärfer. Man darf es allerdings auch nicht übertreiben. Aber ich gehe ja mal hoch ran mit 50. Und dann würde ich nochmal den Kontrast auf andere Weise verstärken. Nämlich ganz einfach über den Kontrastleider. Dazu nehme ich hier den Filter, die Anpassungsebene, Helligkeit und Kontrast. Und ziehe jetzt mal den Kontrast hoch. Das kann natürlich auch schnell unnatürlich werden. Aber ich finde hier eigentlich kann man mit diesem Wert so rangehen. Jetzt ist schon eine ganze Menge passiert. Und erstaunlicherweise ist dieses Grün, was ja sehr fade war, jetzt doch wieder relativ stark grün. Was ich in dem Fall gar nicht so richtig will. Also das ist jetzt ein bestimmter Bildlook, den ich vor Augen habe. Weil jetzt sieht es mir einfach zu sehr nach Wald und Deutschland aus. Vielleicht sogar ein bisschen nach Urwald. Ich möchte allerdings, dass es so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Und damit diese Stadt hier, übrigens sie heißt Calcata und liegt in Lazio. Die möchte ich also mehr betonen. Und dazu nehme ich mal ein bisschen was von dem Grün raus. Und das geht unter anderem damit, dass ich eine HSL-Anpassungsebene erstelle. Dazu wähle ich mal das Grün aus. Ich nehme dir also diesen Bereich schon mal. Ich kann jetzt allerdings auch mit der Pipette mir ein Grün aussuchen. Dann nehme ich mal hier dieses helle Grün. Sieht man, er hat das verschoben. Es sind hier nämlich in dem Grün auch viele Gelb und sogar ein bisschen Rotanteil drin. Und diesen ausgewählten Farbton, den werde ich jetzt verändern. Und zwar indem ich ein bisschen was von der Sättigung rausnehme. Also ich mache es mal extrem, würde man sehen, das ist schwarz-weiß. Aber ich gehe mal ein bisschen mit der Sättigung runter und gehe auch mit der Helligkeit ein bisschen runter. Auch, sagen wir mal, so nach Gefühl, so in etwa. So, und wenn man jetzt sieht, was ich jetzt damit für einen veränderten Bildlook erreicht habe, ist nur eine Option und eine Anregung. Ich finde, dass sich die Stadt jetzt schon ganz gut abhebt von dem Hintergrund. Diesen Effekt kann ich aber auch noch weiter verstärken, indem ich den Hintergrund und auch das hier alles noch so ein bisschen partiell dunkler mache. Also, dazu erstelle ich mal eine Anpassungsebene Belichtung und achte jetzt mal eigentlich nur auf das Grün und nicht auf die Stadt und ziehe also das alles ordentlich dunkler. Machen wir mal so, das kann ich gleich noch korrigieren, wenn es nicht passt. Mit Command und I invertiere ich das Ganze jetzt und werde es jetzt selektiv wieder hineinpinseln. Also dazu nehme ich einen Pinsel, Farbe weiß, 100% Deckkraft, werde den aber ganz weich machen und dann hier diese Bereiche um die Stadt herum abdunkeln. Da ich den Pinsel ganz weich gemacht habe, muss ich jetzt gar nicht so genau vorgehen. Also es wird jetzt nicht so ein typisches Freistellen. Und das kann ich auch im Prinzip hier an der Stadt machen. Ich habe doch gesagt, ich habe darauf gewartet, dass sich so eine Wolke vor die Sonne ein bisschen geschoben hat und da sieht man, dass dieser Bereich hier schon ein bisschen dunkler ist und habe schon vorhin gesagt, ja, das kann man ein klein bisschen auch manuell machen. Also das werde ich jetzt mal machen. Dazu gehe ich jetzt aber mal mit der Deckkraft ordentlich runter, gehe ich mal auf 30%. Und dann kann man nämlich hier so einzelne Häuser, wo eigentlich der Schatten ja sein müsste nach dem Stand der Sonne und hier in dem Fall auch ein klein bisschen ist, kann ich das dunkler machen. Damit kann ich auch wieder die Dächer ein bisschen realistischer machen. Also die sind ja hier alle kurz noch ausbrennen. Und damit kann man sich so ein bisschen auch beschäftigen. Also im Prinzip, dort schon brennen, was ich jetzt gerade mache. Aber mir reicht es schon. Durch die Wolke habe ich ja schon den Effekt. Aber den könnte ich jetzt hier manuell auch so ein bisschen einzeichnen. Nun ist das Bild ja eigentlich sehr scharf, wie ich finde. Also selbst wenn man jetzt hier reingeht, ist es knackig scharf. Allerdings fällt mir auf, dass man das noch mehr betonen könnte, wenn man nur die Stadt nochmal schärfer zeichnet. Dazu nämlich ein Live-Filter. Muss natürlich auf das ursprüngliche Bild gehen. Nehme einen Live-Filter, unscharf maskieren. Dann zoome mal ein Stück heran und gehe jetzt mal hoch. Also dieser Pixel-Wert, der hier steht, der hängt eben sehr davon ab, mit welcher Größe euch das Bild ist. Also jetzt ist es total überzeichnet. Mein Bild müsste jetzt hier so irgendwie so 25 oder 28 Megapixel haben. Und da gehe ich mal so auf diesen Wert. So finde ich, sieht es ganz gut aus. Und als letzte Maßnahme würde ich noch so ein paar Sachen korrigieren, die hier so ein bisschen störend auf das Auge wirken. Also hier, das hier zum Beispiel, so Kleinigkeiten, so ein paar Stellen. Dazu erstelle ich eine neue Ebene, eine leere Ebene, die ich ganz nach oben ziehe und gehe mit dem Restaurationswerkzeug, muss dann sagen, aktuelle Ebene und darunter, und gehe jetzt mal bei 100% auf diese Bereiche und dann werden die rausgerechnet. Weil die stören mich jetzt hier so ein bisschen. Auch hier, ich stehe praktisch auf einer Klippe und gucke herunter und der Abhang hier, da sieht man so ein bisschen Sand und den werde ich jetzt mal entfernen. Hier gefällt mir so diese helle Reflexion am Bildrand nicht und das nicht. So, und das war es auch schon. Ich zeige mal am besten den Vorher-Nachher-Effekt. So haben wir begonnen und hier sind wir angekommen. Ich hoffe, ihr könnt auf diese Art und Weise einige eurer Fotos auch ein bisschen aufhübschen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Affinity Jack.